Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Wienlands. Jo, wir sind immer noch in der letzten Mission. Hoffentlich haben sich unsere Frauen jetzt ein bisschen gefangen und wollen nicht mehr ständig sich töten lassen hier oben. Also ich hoffe es jedenfalls mal nicht. So, wir sind... Ja, wir haben einen Pilsammler, yay. Der kann ruhig weiter Pils sammeln, weil hier wird ja gerade alles mögliche fleißig gebaut. Während wir darauf hoffen, dass... Ja, Tu wünscht sich ein Kind. Als Ersatz für die Müllersfrau. Und ja, wir können hier auch wieder den Geschwindigkeitsboost anmachen. Unser Steinmetz ist fleißig am Steineklopfen. Hier hat er ja keine mehr. Also klopft er die da oben. Und zwar dort klopft er noch die da unten. Wir müssen halt immer drauf achten, dass von den Häusern keiner in die Richtung der Mayas läuft. Eisen Wiener steht schon eine Weile leer, ja. Wow, wir machen schon ganz schön viel Eisen. Achso, er macht noch kein Gold, weil wir gesagt haben, er soll erst das ganze Gold abbauen. Okay, das Mädchen, was nachher hier die Frau des Müllers ersetzen soll, ist da. Oh, du hast schon 100 Goldnuggets hier eingelagert, deswegen lagerst du jetzt Goldnuggets beim Goldschmied ein. Auch gut. So, das war das letzte Gold. Du kannst gleich wieder umdrehen. Ja, Bier wird gut hergestellt. Unser Händler, der hier wohnt, versorgt hier das Lager. Mit einem möglichen noch. Oh, jetzt ist ja jemand anderes nach da oben gerannt. Ja, dir sind die Rohstoffe ausgegangen, das ist okay. Okay, denn jetzt kannst du Gold schmieden, wie der lustig ist. Holz haben wir. Zwei-Familien-Haus ist fertig. Das heißt, wir geben jetzt den Tempel mal in Auftrag. Äh, 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 der war irgendwo hier. Hm, ja, hier ist gut. Alle hier in Sicherheit gerade, ja. Unser Bierbrauer war gerade irgendwo Abweg, auf Abwägen. Nö, nö. Also ja, irgendwie ist das in der Mission wirklich verpackt. Okay, du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Du bist erwachsen, gut. Hier ist alles in Sicherheit. Ah, ja, Träger. Und Träger. Keiner, der gerade da hochrennen will, wo er nicht hingehört. Okay. So, die Straße wird gebaut. Hedin hat Träger gelernt. Gunnar hat Träger gelernt. So, sie ist verheiratet. Das heißt, jetzt wird gearbeitet. Oh, wie sieht's mit unseren Sachen aus Geschirr. Mal warten wir erstmal, bis du den Lehm abgeliefert hast. Achso, die holen sich hier oben alle Holzwerkzeug. Gerade keiner auf Abwägen hier oben. Nö, nur bis du erfahren und kannst trainiert werden. Das ist gut. Ach ja, Schuhe. Schuhe haben wir genug. Möbel könnten mal ein bisschen mehr werden. Wie gesagt, du könntest dann... Wie gesagt, du könntest dann... ...gebracht hast, wo du es hinbringen willst. Bist du Tischler. Du bist schon Speermacher. Die Speere sind allerdings... ...ja, weg. Ach, die haben sie geholt. Gut. Es ist die Frage, ob sie auch die Bögen holen. Ja, sie holen die Bögen gut. Gold wird hergestellt. Hier läuft mir keiner auf Abwege. Du heiratest jetzt? Helga? Gut. Pilze werden eingelagert. Das heißt, noch hast du hier oben Pilze. So, die Bögen werden geholt. Schusterei steht schon eine Weile leer. Wir haben allerdings noch genug Schuhe. Das heißt, wenn die beiden den Tempel fertig haben, werden wir an die Waffenproduktion gehen. Also erstmal alle nötigen Gebäude dafür bauen. Darauf achten, dass keine Frauen auf Abwege gehen. So, Geschirr wird wieder im Überfluss hergestellt. Wir brauchen dann demnächst aus Holzwerkzeugen... ...ja, Waffenröcke. So, du kannst ruhig wieder... ...Walz fällern. Schuhe sind noch immer genug da. ...ja, im Augenblick keine Frau auf Abwägen. Okay, er fängt schon an, die Goldnuggets hier zu benutzen. Und natürlich das Holz. Gut, die Bögen werden hier eingelagert. Noch hier rumliegen. Wenn ich es richtig sehe, sind es hier zwei... ...und hier noch einer. Und ich habe wieder nicht darauf geachtet. Also ja, ich brauche eine große Armee in der Mission. So viel weiß ich noch. Wir werden nämlich viele Verluste haben. Und hier immer schön ein bisschen speichern. Sicher ist sicher. Und hier vorher genau. und du solltest eigentlich vielleicht lieber hier drüben arbeiten so geschirr wird eingelagert sehr gut wir haben immer noch leben überfluss wir haben nahrung im überfluss bier sollten wir langsam auch mehr als genug haben so hier liegt noch ein bogen und da liegt noch ein bogen der pilz sammler bringt sein zeug weg so das heißt wir können jetzt die bogenschnitzerei und wir haben helga verloren du drehst gleich um ja jemine ja ich merke dass die goldmedie leer steht aber das ist egal so tempel ist fertig könnten wir jetzt bitte etwas ruhe haben ulla so die bogenschnitzerei kann ruhig auch etwas näher hier ran so und dann unsere werkzeug schmiede hier unten rüstung schmiede hier hin und eine schwertschmiede dazwischen so das heißt alles wichtige ist im bau du kannst dir einen jungen wünschen du bist immer noch halb tot und willst schon wieder deinen tod laufen was geht nur mit dir ab oder so hier ist bald nichts mehr in der nähe außer bisschen stein das ist das und das steig hier leben leder liegt hier auch noch rum ja hier liegt leder rum jetzt kommt ein Maßnahmen rein rein wisst at Vielen Dank.